Hey Leute, hier ist wieder euer Jim Knox. Bevor ihr die nächsten Parts von Amnesia betrachten dürft, kurz etwas vorab, leider wurde der Ton vom Spiel nicht aufgenommen und das falsche Mikro wurde aufverwendet, wodurch der Ton, naja, ich sag mal so, echt scheiße klingt. In manchen Textpassagen, die vom Spiel ja eigentlich vorgelesen werden, werde ich den Ton ganz rausnehmen, da ich und Projection dort einige Sachen besprochen haben, die euch nicht so viel angehen. Und, naja, das ist halt passiert, weil wir gedacht haben, das andere Mikro wäre an. Naja, ich hoffe, ihr habt dennoch Spaß an dem folgenden Part und viel Spaß, haut da rein. Hallo und herzlich willkommen hier bei Jim Knox. Und ja, wir zurück hier bei Amnesia. Und bitte mal wieder mal der Projection, der sich neben mir schon köstlich amüsiert. Warte, ich weiß, was auf mich zukommt. Hier, guck mal, ich bin das Getränk. Oh, scheiße. So, gut, dass das nicht aussieht wie Urin, aber fast schön. Mal morgen Urin, aber volle Latte. So, was ist mein Stehgebiet? Also, ihr werdet ihn wahrscheinlich immer noch nicht so klasse verstehen, das tut mir jetzt irgendwie leid, irgendwie auch nicht. Ja, ist egal. Hey, mir wurde gesagt, man versteht mich eigentlich nicht gut. Relativ. Also, relativ. Wo hat man euch denn das gesagt? Wo hat man euch denn das gesagt? Will ich jetzt noch hochhalten? Oh, also, uns wurde das mitgeteilt. Teuerliche Plural, natürlich. Ich hab mir dies gefragt. Ist ja schön. Okay. Oh, Teil eines Boreas. Ja, ja, da spricht etwas von mir. Ist ja schön. Nein, nein, nein. Ich meinte dich damit. Alter, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken. Ja, was soll ich denn sonst machen, verdammte Scheiße? Ich glaube, es hat dich gesehen. Nee, nicht im Ernst. Warten, bis es weg geht. Weggucken und warten, bis es weg ist. Du hörst das ja, denke ich mal. Ich fände dir schon mal geil an. Ähm. Ich hab keine Ahnung, wo es ist und was es gerade macht. Es klingt, als wenn es gerade irgendwas zerstört. Ähm, seid weg oder nah dran. Da siehst du es doch zwischen den Spalt, siehst du es doch. Guck mal zwischen den Spalt da. Da können wir doch wieder durchgucken da. Hi. Im Raum ist es nicht mehr. Sehr schön. Na, gucke geht doch. War ja kein so viel Löwen. So als Außenunterstehender ohne Headset und alles, ne? Eben. Macht Spaß, so das Spiel zu sehen, ne? Ja. So was war toll am Arsch lecken. Auch Fick-Deck-Spiel! Halt die Idee wegzulaufen, kommt der auch noch nicht, wo man ist. Nee! Schnell ist er ja nicht. Kannst du voll vergessen, kannst du voll vergessen. Wo ist denn hier die Tür? Ach, der hat die Tür vergessen. Äh, zugemacht. Ah, ich bin geblendet, ich bin geblendet! Der hat die Tür vergessen. Okay, ich gehe wieder. Okay, ich gehe wieder. Ah! 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 Fick! Ah! 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 Ah, hab ich mich verjagt. Aber nur, wenn du so lange aufstehen hast. So, für alle, die sich jetzt fragen, ob ich noch Eier hab, ja natürlich habe ich Eier, nur in mancher Situation kann ich hier doch ein bisschen hochkommen. Kann dein Eier kommen hoch? Oh, da kommen auch ganz andere Dinge von mir hoch, du. Maschinenteile. Hallo, liebe Kerze! Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, dir geht's gut. Alter, mir geht's bestens, du. Das kannst du aber nur glauben. Ja, ich muss hier kommen. Neben ner Kerze, zack, Wackel raus, hier noch am besten anmachen alles und... Ey, ich hab irgendwie keinen Bock da runter zu gehen. Ach doch, ich glaube, das Schlimmste hast du überstanden. Ich musste hier ein bisschen Mut machen, die Wörter auf der Stelle stehen. Machen wir den hier zumindest mal wieder Heidner. Juhu, juhu! Alter, die Maus zieht sich auch gerade gar nicht, das ist so... Der zieht gar nicht nach, nein! Nein! Juhu! Ich tanze Ballett! So bist du die Sache. Woher willst du das eigentlich überhaupt wissen? Das Ventil ist zugerostet. Ne, ich kann auch lesen. Alter, wollte ich es dir nochmal sagen. Da sind wir gerade runter gekommen. Alter, was geht denn bei dem ab, ey? Willst du Drogen? Alter! Ich glaub, du würdest in der Situation genauso sein. Ne, ich würd mich nicht bei einem Millimeter, äh... Ich dachte gerade, dass er die Wand irgendwie ausgebäucht ist. Bei dem Spiel weiß man ja nie, ey. Rente, versuch's doch mal an den Räumen, die hier angrenzen. Hallo! Der haut der Herr... Was denn? Vorsichtig, die Türen öffnen. Worms... Monster? Ach ja, da war ja was. Oh, hey, ha... Hm... Oh... Einige Gegenstände im Bestand können miteinander kombiniert werden. Tabulator. Zieh dazu die Einige statt auf den anderen. Uh... Du kannst den Bohrer noch nicht zusammenbauen. Du musst erst alle Teile finden. Ja... Dann fehlt ja noch so. Alter, ich hab 19 Zünderbüchsen, ey. Brauch weg. Kuh, 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 kuh. Hier, Minecraft, äh... Ja, zwei Mal Öl noch. Zünderbüchsen. 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 Zünderbüchsen, mein Gott. Ein Teil fehlte noch. Oh, Alter. Äh... Uh, Pornoraum! 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 Der geistiger Zustand war so instabil. Du hast rot gesehen. Der existiert ja gar nicht mehr. Ja. So, finden wir mal die nächsten Sachen, würde ich mal sagen, ne? Ja, natürlich. Das dritte Teilchen. Ha, ha! Uiit! Huuu! Guck mal, was wir da haben! Die, was ihr haben, Truhe. Die würde ich auch kriegst. Alter, ganz ehrlich. Einmal als drei. Ja, wenn ich rankommen würde, ey. Doppeln. Ja. Klick, 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 klick. Draußen hat man gerade jemand gestört. Hast du mitbekommen? Ich dachte, dass wir in dem Spiel. Nein, die sind immer... Oh, äh. Ja, Leute, meine Nachbarn sind gerade bei den Pornor zu drehen. Ich dachte, ich darf mich davon nicht stören. Lass dich doch mal. Stören. Soll die Nachbarn sich jetzt stören lassen? Oder dann der Zuschauer? Ja. Weil das klang so ein bisschen, dass deine Nachbarn sich nicht stören lassen soll, dass die... Naja, ist auch egal. Nein, mit dir. Und dann wundert man sich, warum plötzlich ein Monsterbrot entsteht. Na, guck mal, eine Notiz! Ja. Ich glaub, die würde ich als letztes nehmen. Nee. Ich hab jetzt hier die ganzen Zünderbüchsen raus. Ja, das kann ich aber glauben. Ist auch eine gute Idee. Echt? Ja. Wahrscheinlich so was, die innen jetzt die Kot... Was ist denn das hier? Ich glaub, das sind Ziegelsteine, aber ich kann's ja nicht sagen. Störb, du Unholt! Tut man's ja in den Kisten auch. Ach so, leg ihn ja zur Seite. Kannst du weg? Ja. Ja, den großen eigentlich. Aber du kannst irgendwie so, kannst du da nicht irgendwie drauf springen? Nein, und so. Okay, ist nix. Ja. So. Ab in die Notiz, ne? Ab in die Notiz, ne? Wer hat das denn? Bezüglich explosiver Mischung. Ach, letzten Mal. Ne? Ach so, ach ja, stimmt ja. Hallo Alexander. Ach so, ja danke. Hi. Moment. Oh, ihr werdet so leiden in diesem Video. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal... Ablasskanal? Oh. Ja, okay. Wir sollten uns jetzt wieder benehmen. Es ist ja ein Gruselspiel. Ja. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den du für den Ablasskanal brauchst. Der war so zugeschissen, dass man Dinge gleich mal sprengen muss. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Bitte versuche das auch deinen leichtsinnigen Lakaien beizubringen. Um zu gehen, verstehe ich. Also, um sich fortzubringen. Alles klar. Bevor du deine Pläne in die Tat umsetzt. Die Flüssigkeiten sollten... Die Flüssigkeiten sind nicht explosiv und sollten von einer der Getrennen aufbewahrt werden, um weitere Unglücke zu vermeiden. Im Raum nebenan habe ich zwei Grusel besser dafür vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist die Flüssigkeit hinzuförmischen. Agripa. Das klingt wie so eine Krankheit. Agripa? Ja. Habe ich allerdings auch beim ersten Mal gedacht. Im Raum nebenan, by the way. Ich glaube, er meint im Raum nebenan. Naja, man kann ja nicht immer so ganz genau sein. Ah. 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 Aber es ist... Ück, ück. Ja. Ück, 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 ück. Hallo? Hast du deine Tabletten vielleicht nicht genommen? Weiß nicht, Monster. Übrigens, das ist das dritte Teilchen. Ach nee. Nicht ganz. Brenn! Hey, ich habe einen Bofor. Richtig. Ich glaube, damit kann ich besser aufkriegen. Ja, davon bin ich ganz alleine. Davon, darauf, nein. Davon bin ich ganz alleine. Davon bin ich ganz alleine. Aua. Schön. Der ist ab und würzig, ja. Davon bin ich... Nein, so nichts nach dem Motto. Ist mir scheißegal, dass das Ventil zugerostet ist, Kleiner. Weil du jetzt nämlich einen... Äh... Wo hast der? Ich hätte noch ein bisschen springen. Du hast immer noch nicht... Ach doch, du hast ja ein Behälterchen, hast du ja noch, aber... Hä? Der ist leer! Ein Top, der mixt schon alle Arten. Das stand da vorher schon! Als der Lehrer... Jut. Justin, we had the problem. Nein, du musst in den Raum nebenan. Bevor auch immer dieser nebenan Raum ist. Ähnlich. Naja, irgendwann ist es ja leer, ne? Na, der Fall. Ähnlich. Kenn ich oder kenn du? Mit Ernsthaft? Hey, guck mal, Fackel! Das ist so ein Endloswasser. Oder... So wie über Minecraft. Minecraft. Wenn du so vier Felder aus Hüls in Wasser reinschüttest. Ja, du kannst das Spiel ja doch besser sehen. Ah, Minecraft! Ich finde nicht unser Freund Zombie hingelaufen. Hier. Der sieht wohl auch ein bisschen, oder? Alter, vorhin ist alles eingesch... Naja, ich spoilere dich jetzt mal nicht. Ich geh mal runter und ziehe, was los ist. Ich hab mich letztens für sich bewegt, ne? Juhu. So, und um da nämlich zu kommen, brauchst du dir diese explosive Mischung. Das hab ich mir fast gedacht. Naja. Du hast eine Zünderbuchse über mir noch mit. Und ich hab eine wertvolle Zünderbutze, ja. Ja. Hm. Irgendwo musst du ja noch in einem Lagerraum da, ähm, deine Erhältnisse finden. Achja, also ich bin doch vorhin an so einem Schild vorbeigelaufen, ne? Irgendwo, hey. Ich hab's nicht versteckt und dann kam ich mir aus dem Knick. Also irgendwie muss das Ding immer noch links in irgendeinem Gang in irgendein Kellerchen von den Menschen sein. Also da, ja, na. Nee, ich bin... Das meinte ich eigentlich nicht. Ach nee, das Schild dachte ich hier. Okay, Maschinen. Ja, ist in Ordnung. Warum es die Treffer runter kein Dings gibt? Keine Ahnung. Oh, ich muss noch was versteckt sein, was wir nicht gesehen haben. Jetzt. Finden wir, ne, mein Junge? Finden wir. Wenn ich ruf an Mirko an, haha. Ja, ne? Kriegen wir schon hin. So. Danke, Hans. Ja, dann gucken wir hier erstmal hier rein. So. Retter. Schuss dann runter los. Samen, ne? Essen? Ich überlege gerade selber. Aber ich komm nicht drauf. Ja, ne? Und dann spoilern wollen. Ja, genau. Guck mal, da hinten. Na, da ist das da drin. Na, mein Junge, guck mal. Ach, findest du mich? Ist ja lächerlich. Weißt du, als ich in deinem Alter war, hätte ich das schon lange... Ey, ich weiß wo sie glaubt. Ja, ich glaub da. Und schieb mal ein paar... Da guckt mal ein paar weg. Oder guckt mal dahinter. Oder so. Äh. Irgendwo war da was. Äh. Irgendwo. Ja. Gonna catch them all. Das gibt's doch nicht. Äh. Äh. Hä? Ja. Ja, ist ja schön. Ich, äh, gar nicht. Hier, mein Dein Momentos nochmal bitte. Äh, bla, ja. Alles klar. Äh. Ha. No. Ich weiß ja was. Bescheid. Äh. Öh. Ha. Hö. Ja. Richtige Reihenfolge war gut. Das musst du als erstes reinfüllen. In dein... Ja, genau. Zack. Das geht nämlich. Jetzt nimmst du das. Warum? Dann gehst du zum Primären. Das ist mal so lächerlich. Ey, ich weiß, dass es zwar draufsteht mit Primär und Sekundär, aber... Trotzdem... Alter... Ganz ehrlich, ich hab das noch nicht mitbekommen. Guck mal, jetzt ist Orange, ne? Orange plus Lila, du welche Farbe? Also im Spiel zumindest, äh, rot. Jo. So. Exklusivstoff. Ja, genau. Und abzacknet jetzt zum versperrten Wegchen. Ab nach oben. So, meine getreuen Freunde. Schmeide, ich schmeine noch alles in die Luft. Hm? Es fliegt gleich alles in die Luft. Da, da, da. Es fliegt gleich alles in die Luft. Schmeine Schlüppchen? Da, da, da. Nein, ich geh doch jetzt schon ab. Ähm. Es erinnere mich an das Sieg von Macheria Feuer. Brenn. Gebt mir mehr Stoff, mehr COC, ja, Luzipa hat meinen Blog abonniert. So, genau. Jetzt warten, bis es explodiert. Ich finde das richtig, habe ich mir satt gerade. Warum? Na. Muss ich noch was machen? Ja, klar. Du bist schon eigentlich was dabei. Also eigentlich machst du schon richtig, wie es. Ach so. Äh, ne, geh weiter weg. Ne, gerade ganz ungünstig, Leute. Gerade ganz, ganz ungünstig. Oh mein Gott, Moment. Äh, ich muss mal kurz eine Pause einlegen.